Hallo, ich bin der Michi. Wie ihr hören könnt, ist hier mächtig was los. Wir befinden uns nämlich in einem Transportbetonwerk, wo Frischbeton hergestellt wird. Vor einigen Jahren habe auch ich mich für diese Lehre entschieden und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal näher an. Hier treffen wir auf den Simon. Er macht eine Doppellehre als Bürokaufmann und Transportbetontechniker. Hallo Simon, was genau kann man hier im Werk sehen? Hallo, also wir sind gerade bei den Zement- und Kies-Silos und darunter befindet sich die Mischanlage, wo der Frischbeton nach Rezept gemischt wird. Und hinter der Mischanlage haben wir auch noch eine Recyclinganlage. Simon, was sind deine Hauptaufgaben hier? Ich kümmere mich um die Bestellungen von Kies und Zement. Besonders wichtig ist uns, dass die Anlage sauber läuft und uns ist auch wichtig, dass die LKWs rechtzeitig zur Baustelle kommen, dass es keine Probleme gibt. Danke. Hat es dir gefallen? Dann bewirb dich doch gleich.